Aber der Kern des Ganzen sind offensichtlich diese Berichte über Funde von Riesenskeletten. Und ich als Archäologe denke mir natürlich, das wäre ja toll, wenn wir tatsächlich so materielle Beweise dafür hätten, dann könnte das ja wirklich unsere Forschung revolutionieren. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Wie ihr schon seht, habe ich mir ein großes Thema vorgenommen, nämlich die simple Frage, gab es Riesen auf der Erde und wieso behaupten Leute sowas? Ich denke, wir alle haben ungefähr eine Vorstellung davon, was ein Riese ist. Ein Riese ist, grob gesagt, ein Fabelwesen von mehr oder weniger menschlicher Gestalt, aber übermenschlicher Größe. Wir kennen Riesen natürlich aus den Mythen diverser Kulturen. Denken wir zum Beispiel an den sumerischen Helden Gilgamesch im Gilgamesch-Epos, an die Geschichte von David und Goliath in der Bibel oder natürlich auch an den einäugigen Kyklopen Polyphem in Homers Odyssee. Sie kommen regelmäßig auch in Sagen vor. So gelten sie zum Beispiel als Errichter der sogenannten Hühnengräber, also der Großsteingräber des Neolithikums. Und natürlich auch in Märchen, wie zum Beispiel hier beim tapferen Schneiderlein. Von diesen älteren Überlieferungen haben Riesen natürlich auch längst Eingang in die moderne Populärkultur gefunden. Denken wir nur zum Beispiel an die Serie Game of Thrones, basierend auf George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer oder auch das Videospiel Elder Scrolls V Skyrim. Aber wieso sind Riesen nun ein Thema für uns Skeptiker und uns als GWP? Nun deshalb. Gibt man einmal bei Amazon das Stichwort Ancient Giants ein, dann findet man eine ganze Menge einschlägiger Publikationen, die offensichtlich ernsthaft behaupten, dass es tatsächlich eine Rasse von Riesen in der Vergangenheit gegeben hat oder womöglich noch immer gibt. Mittlerweile gibt es sogar eine Doku-Serie dazu vom History Channel, der ja auch bekannt ist für Qualitätsformate wie etwa Ancient Aliens. Aber was genau wird da eigentlich behauptet? Schauen wir uns mal als Überblick den Klappentext des Buches Giants on Record an, geschrieben von zwei der prominentesten Protagonisten der Szene, Jim Vieira und Hugh Newman. Hier einmal übersetzt und leicht gekürzt von mir. Dort heißt es, Über einen Zeitraum von 200 Jahren haben Tausende von Zeitungsberichten, Stadt- und Regionalkroniken, Briefen, Fotos, Tagebüchern und sogar wissenschaftlichen Zeitschriften die Existenz einer antiken Rasse von Riesen in Nordamerika dokumentiert. In prästorischen Grabhügeln, Grabkammern, Höhlen, geometrischen Erdwerken und alten Schlachtfeldern wurden Berichten zufolge extrem große Skelette gefunden, die von sieben Fuß, also knapp über zwei Meter, bis zu einer Größe von 18 Fuß reichen. Auch über seltsame anatomische Anomalien, wie doppelte Zahnreihen, gehörnte Schädel, massive Kiefer, die über ein modernes Gesicht passen und längliche Schädel wird berichtet. Viele dieser Entdeckungen wurden an die Smithsonian Institution in Washington DC geschickt, anscheinend damit nie wieder davon gehört werde. Dieses Buch enthüllt auch, wie frühe Entdecker Amerikas diese Giganten aus erster Hand erlebten, darunter Sir Francis Drake, John Smith und sogar einige der ersten Präsidenten. Legenden und Mythen, in denen von kannibalischen, rothaarigen Riesen die Rede ist. Wie Geheimgesellschaften wie die Rosenkreuzer, Freimaurer und Theosophen in ihrer Literatur die Existenz von Riesenmenschen in der Vergangenheit als historische Tatsache behaupten. Und wie die Riesen mit den Denisofer Menschen aus Sibirien, den Nephilim, der biblischen Überlieferung und anderen alten Kulturen in Verbindung stehen können. Im Original ist der Klappentext noch etwas länger und spielt auf noch mehr Dinge an. Also wir sehen schon, hier stecken allerlei verschiedene Stoffe und Motive drin, die sich alle zu einem mehr oder weniger diffusen Amalgam verbinden. Aber der Kern des Ganzen sind offensichtlich diese Berichte über Funde von Riesenskletten. Und ich als Archäologe denke mir natürlich, das wäre ja toll, wenn wir tatsächlich so materielle Beweise dafür hätten, dann könnte das ja wirklich unsere Forschung revolutionieren. Leider habe ich bei Grabungen bislang noch keine Riesensklette gefunden, aber offensichtlich gibt es da ja ganz schön viele Berichte drüber. Was hat es also damit auf sich? Gab es wirklich Riesen in der Vergangenheit? Nun zunächst einmal ist das Thema mit den Riesenskletten überhaupt nicht neu. Gehen wir einmal zum Anfang der westlichen Geschichtsschreibung, zu dem griechischen Historiker Herodot, der natürlich vor allem berühmt ist für seine Darstellung der Perser-Kriege. Dann beschreibt er, dass nach der großen Entscheidungsschlacht von Plataiai auf dem Schlachtfeld seltsame Gebeine gefunden wurden. Unter anderem ein Schädel, der keine Naht aufwies, sondern aus einem einzigen Knochen bestand. Ebenso eine Kinnlade samt Oberkiefer, die Zähne aus einem einzigen Stück hatte. Alle wuchsen aus einem einzigen Knochen, die Vorderzähne und die Backenzähne. Und sogar die Gebeine eines fünf Ellengroßen Mannes kamen dort zum Vorschein, also etwa 2,50 Meter groß. Nun ist die Glaubwürdigkeit von Herodot ja bereits seit Jahrhunderten eines der Lieblingsthemen der althistorischen Forschung. Aber der steht nicht allein da. Zum Beispiel schrieb der griechische Autor Phlegon von Traleis im 2. Jahrhundert sein Buch der Wunder, wo er sogar diverse von solchen Riesensklettfunden zusammenstellt. Unter anderem heißt es da über einen dieser Funde, dass da riesige Gerippe zum Vorschein kamen und man sogar einen Zahn davon nach Rom schickte. Und der war einen ganzen Fuß, also etwa 30 Zentimeter lang und sogar noch größer. Und sogar der Kirchenvater Augustinus erwähnt Riesen in seinem Gottesstaat und ist auch vollkommen überzeugt davon, dass es sie wirklich gegeben habe. Als Beweis gibt es ja schließlich Totengebeine von unglaublicher Größe. Und er habe sogar selbst an der Küste von Utica einen menschlichen Backenzahn gesehen, so ungeheuer groß, dass er nach unserer Schätzung wohl hundert heutige hätte ausmachen mögen. Was hat es also auf sich mit diesen ganzen rätselhaften Funden? Und von solchen Berichten gibt es schon aus der Antike noch wesentlich mehr. Und was haben sie da die ganze Zeit mit diesen Zähnen? Was ist denn bitte eine Kinnlade mit Zähnen aus einem einzigen Stück oder ein 30 Zentimeter langer Backenzahn? Nun, vielleicht kann man sich darunter so etwas vorstellen. Das sind die Unterkiefer von Mammuts im Landesmuseum in Darmstadt. Und tatsächlich, wenn man einmal die Funde von Riesenknochen in der Antike, im ganzen Mittelmeerraum kartiert, dann decken die sich bemerkenswerterweise ziemlich gut mit bekannten Fossillagerstätten, wo bis heute große Fossilienprähistore für Tiere, wie zum Beispiel Mammuts, Mastodonten, Elefanten und Ähnlichem, gefunden werden. Wir können also durchaus mit Verlaub davon ausgehen, dass viele, wenn nicht sogar alle, diese antiken Riesenfunde tatsächlich einfach nur auf fehlinterpretierte Megafauna-Fossilien zurückgehen. Wenn das Thema noch näher interessierte, die Althistorikerin Adrian Major hat ein hervorragendes Buch über das Thema der antiken Fossilfunde geschrieben, The First Fossil Hunters. Und natürlich endet diese Phänomene auch nicht mit der Antike, sondern zieht sich in Mittelalter und früherer Neuzeit genau so fort. Es gibt eine ganze Reihe sehr bekannter Funde, die auch durchaus überregional Aufsehen erregten. Und das Praktische ist, mehrere dieser angeblichen Riesenknochen sind sogar bis heute überliefert und nicht etwa rätselhafterweise verschwunden. Und so können wir durchaus bei einigen von denen sicher sagen, dass es sich eben tatsächlich um Tierfossilien handelte. Denken wir zum Beispiel an die Riesenknochen von Wien und von Luzern, die sich beide als Mammutknochen herausstellten oder die Gebeine des angeblichen Riesenkönigs Teutobochus Rex, die 1613 in Frankreich gefunden wurden und sich später als Deinotherium, also ein Prästhofer Elefantenverwandter, identifizieren. Bis heute findet man tatsächlich immer wieder solche Riesenknochen, insbesondere in alten Kirchen, irgendwo an der Wand hängen, wie zum Beispiel hier im Magdeburger Dom oder auch an Anristofengebäuden, wie zum Beispiel dem Haus zur Rippe in Berlin. Dort hängt einfach so eine Rippe und ein Schulterblatt an der Wand, die der Sage nach zu einem Riesen gehören sollten, tatsächlich wohl eher zu einem Wal. Noch im 17. Jahrhundert argumentiert der niederländische Gelehrte Johann Picard, nicht verwandt mit dem Star Trek-Kapitän, dass tatsächlich Riesen die berühmten Hühnenbetten, also die Megalithgräber, seine Heimat errichtet hätten, hier festgehalten in diesem berühmten Holzschnitt. Allerdings hat schon damals ein Zeitgenoss in einem Brief auch eingewandt, dass hier erstaunlicherweise niemals tatsächlich Riesenknochen in diesen Hühnengräbern gefunden seien, sondern immer nur normal große Menschenknochen. Also, wenn ihr euch fragt, wann es wirklich einen wissenschaftlichen Diskurs über die Existenz der Riesen gab, hier im 17. Jahrhundert. Ja, zu so einer gewissen Riesendämmerung kommt es dann spätestens 1728. Da veröffentlicht der englische Naturvorfassier Hans Sloan erstmalig einen Artikel, in dem er argumentiert, dass viele dieser berühmten Riesensklettfunde eigentlich auf Elefanten zurückgehen. Auch wenn er in der damaligen Zeit, also Jahrhunderte vor Entdeckung der Evolution und überhaupt der Erdgeschichte und so sich natürlich nicht wirklich erklären konnte, wie Elefanten da hinkommen. Da gab es auch Theorien, dass das irgendwelche verlaufenden Elefanten von Hannibal oder von den Römern oder so gewesen seien, ist durchaus ganz lustig. Auch Georges Cuvier, der ja als einer der Begründer der modernen Paläontologie gilt, schreibt 1806 einen Artikel, wo er eben solche Riesenfunde als Elefanten oder andere prähistorische Tierfossilien erklärt. Man könnte nun denken, damit sei das Thema ja wissenschaftlich eigentlich abgehakt. Ja, nun gibt es aber ein anderes Land, in dem es in der Zeit gerade erst losgeht. Denn tatsächlich haben wir aus den Vereinigten Staaten von Amerika im 19. Jahrhundert wirklich aber Hunderte, wenn nicht Tausende von solchen Zeitungsberichten, Regionalkroniken und Ähnlichem, die über solche Riesensklette berichten. Also, was ja eingangs schon im Klappentext von Giants on Record erwähnt wurde, stimmt tatsächlich. Wir haben so viele hundert historische Quellen von entsprechend Riesensklettfunden zwischen sechs, sieben Fuß und bis zur 18 Fuß Größe. Dieses Phänomen ist dort eng verbunden mit der Diskussion um die sogenannten Mount Builder. Es gibt in verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten riesige Erdhügel, die von verschiedenen Kulturen der amerikanischen Ureinwohner errichtet wurden. Teils als Grabhügel oder auch wie zum Beispiel hier in Kahokia als große Tempelpyramiden. Also ganz ähnlich, wie man es zum Beispiel von den Maya kennt oder den Ziggurats im alten Mesopotamien. Nun waren diese Kulturen allerdings im 19. Jahrhundert schon seit Jahrhunderten untergegangen und es gab bestenfalls noch diffuse Sagen davon und Ähnliches. Und die weißen Siedler dort konnten sich partout nicht vorstellen, dass die ach so primitiven Indianer, die sie aus ihrer Umgebung kannten, diese großartigen, gewaltigen Bauwerke errichtet hätten. Also war es wie heute, wo man natürlich, sobald man ein mysteriöses, antikes Bauwerk sagt, sowas können Menschen doch nicht errichtet haben. Also waren es Außerirdische. Und es entstanden verschiedene Theorien, werden stattdessen diese Mountbilder gewesen sein. Es gab verschiedene Theorien, seien es Ägypter, Phönizier, die verschollenen Zehnstämme Israels oder eben auch Riesen. Und dass diese Vorstellung durchaus bis in die Höchstenkreise verbreitet war, sehen wir zum Beispiel an einem Zitat von niemand geringerem als Abram Lincoln, der in Bezug auf die Niagara-Fälle sagt, dass schon diese Rasse ausgestorbener Riesen, deren Knochen die Grabhügel Amerikas füllen, diese Fälle betrachtet habe. Das Ganze findet ein Ende dann etwa um 1894 mit dem großen Report von Cyrus Thomas. Das war ein Archäologe der Smithsonian Institution. Und der hat die Ergebnisse der ganzen Ausgrabung an solchen Grabhügeln zusammengestellt und kam zu dem Schluss, dass diese für uns heute nicht sehr verwunderlich tatsächlich doch eher mit den amerikanischen Ureinwohnern zu identifizieren seien als mit irgendeiner mysteriösen Mountbilderrasse. Aber das erklärt natürlich noch nicht, was es tatsächlich mit diesen Riesensklettfunden auf sich hat. Gab es die denn nun oder nicht? Und tatsächlich kann man die mitunter durchaus nachprüfen. Ich habe mir einmal zwei dieser Berichte vorgenommen und geguckt, ob man da Näheres herausfindet. Zum einen aus Cartersville in Georgia aus dem Jahr 1884. Da gab es Ausgrabungen im Bereich der großen archäologischen Städte von Etowah, wo es auch mehrere dieser alten Grabhügel gibt. Und dabei kamen angeblich die Knochen eines Riesen von sieben Fuß zwei Inches, also etwas über zwei Meter zutage. Das war bemerkenswert gut erhalten, sogar mit einer Kupferkrone. Und nehmen wir an, auch noch die Überreste von mehreren Kindern, die ja in der Art von Mumien bereitet worden seien und sogar irgendwie Steinplatten mit rätselhaften Inschriften. Und all das sei letztlich an die Smithsonian Institution geschickt worden. Und man könnte jetzt denken, ja, und dann hat man nie wieder davon gehört. Aber nein, es gibt tatsächlich einen Grabungsbericht von der Smithsonian Institution zu genau diesem Grabhügel. Und da heißt es tatsächlich, dass dort mehrere Bestattungen gefunden wurden, unter anderem ein recht großes Skelett von etwa sieben Fuß Länge. Also in diesem Fall hat man diesen Fund tatsächlich auch halbwegs wissenschaftlich für die damalige Zeit dokumentiert. Und wie auch immer Sie dieses Skelett vermessen haben, es scheint relativ groß gewesen zu sein. Auch wenn von den rätselhaften Inschriften und den Mumien hier nun nichts mehr zu lesen ist. Also befeindlich wurde das ja doch in der Lokalpresse eher etwas ausgeschmückt. Und im Grabungsbericht zufolge waren die Knochen so schlecht erhalten, dass sie nicht bewahrt werden konnten. Zwei Jahre später kommt es wieder in Etowah bei Cartersville erneut zu einem ähnlichen Fund. Da lesen wir in zwei überregionalen Zeitschriften, der New York Times und der Empower Weekly News, dass bei Überschwemmungen dort riesige Knochen zutage gekommen seien. Und wenn man von zwei Oberfänkelknochen die Größe des damaligen Besitzes hochrechne, dann müsste dieser ganze 14 Fuß groß gewesen sein. Also da reden wir definitiv nicht mehr von menschlichen Maßen. Was machen wir also damit? Zum einen, diese Überschwemmung ist durchaus historisch belegt, gibt es diverse zeitgenössische Quellen für... Nun habe ich mir gedacht, das sind ja jetzt nur sehr kurze Erwähnungen in überregionalen Zeitungen. Was schreibt denn eigentlich die Lokalpresse? Es gibt tatsächlich in der Atlanta Constitution am 13. April einen sehr langen Bericht über diese archäologische Funde, die bei den Überfärmungen zutage gekommen seien mit allerlei Beschreibungen, aber es werden keine Riesenknochen erwähnt. Dann habe ich mal nachgesehen, wie sieht das eigentlich aus mit dem Banner Watchman, also der Zeitung aus Athens in Georgia, die ja schon zwei Jahre zuvor über den anderen Riesen berichtet hat. Und tatsächlich, ein Monat später berichtet der Banner Watchman über diese rätselhaften Funde und dort heißt es, dass viele übertriebene Berichte sich verbreiteten über diese wunderbaren Funde in den zutage gekommenen Gräbern von Mammutskeletten und Fossilien aus uralter Zeit. Das heißt, offenbar handelt es sich hier tatsächlich nur um Fossilien von prähistorischen Tieren, was dann zumindest irgendwann in den folgenden Wochen auch so aufgeklärt wurde, aber bis dahin hatte sich die Kunde von den Riesen bereits bis in die überregionalen Zeitungen verbreitet. Also was machen wir nun allgemein mit diesem Phänomen der Riesensklette? Hier einmal eine Kartierung solcher Funde von Atlantis-Forfunk.de. Also zum einen diese Quellen existieren. Es gibt sie tatsächlich, diese Hunderten und Tausenden von Berichten und viele von denen scheinen sich durchaus auch auf reale Funde zu beziehen und lassen sich mitunter auch durchaus überprüfen. Es handelt sich also nicht um eine Erfindung der modernen Riesenautoren. Und wie die Überprüfung einiger dieser Fälle herausstellt, kann man da nicht wirklich von einer monokausalen Erklärung sprechen, sondern es gibt durchaus verschiedene multikausale Ursachen für dieses Phänomen. Zum einen gibt es nach wie vor die Fehlinterpretation von solchen Megafauna-Fossilien wie hier Cuttersville 86 oder etwa beim sogenannten Williamson County Giant. Das war ein Riesensklette, was sogar von einem Schausteller mit auf Tournee genommen wurde, aber sich unglücklicherweise später als das Sklette eines amerikanischen Mastodons, also auch eines Prästhofer-Elefanten-Verwandten, herausstellte. In anderen Fällen ist es durchaus plausibel, dass wir es schlichtweg mit Messfehlern zu tun haben. Bedenken wir, die meisten dieser Sklette, ob jetzt in Grabhügen oder anderswo, wurden nicht von professionellen Archäologen und Anthropologen geborgen, sondern oft von lokalen Arbeitern oder allenfalls autodidaktischen Lokalgelehrten. Und gerade wenn man so ein Sklette, wenn es noch im Boden liegt, vermisst, dann zieht es sich natürlich auch wegen des Erddrucks ein bisschen auseinander. In anderen Fällen ist es durchaus plausibel, dass zum Beispiel anhand der Oberfenkelknochen hochgerechnet wurde. Und wenn man nun so einen Oberfenkelknochen nimmt und ihn zum Beispiel neben seinen eigenen Oberfenkel hält, kann leichter Eindruck aufkommen, dass dieser deutlich größer sei, weil der Knochen noch deutlich weiter bis ins Becken hinein reicht, als es von außen den Anschein hatte. Immer wieder heißt es auch in diesen Berichten, dass die Kiefer so groß seien, dass sie über den Kiefer eines heutigen Menschen passen. Wir können uns das ja wirklich bildlich vorstellen. Die nehmen den Kiefer, passen den an, allerdings sind unter Kiefer parabelförmig. Man kann auch zwei gleich große Kiefer ineinander stapeln. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es da sogar einen Zeitungsbericht, wo Ale Friklitschka, der Chef der entsprechenden Abteilung bei der Smithsonian Institution, sich dazu äußert und genau diese Begründung anführt für diese Berichte. Allerdings können wir da natürlich auch nicht davon ausgehen, dass alle von einer solchen Fehlvermessungen zurückgehen. Also da reden wir vielleicht von denen, die etwas größer waren als normale menschliche Skelette, aber jetzt nicht die, die am Ende vier, fünf Meter groß sind. In manchen Fällen müssen wir natürlich auch in Betracht ziehen, dass das schlichtweg medial ausgeschmückt wurde. Zum Beispiel den Katerswilf 84-Riesen, 7,2 Fuß heißt es in dem ursprünglichen Bericht. Der wurde dann tatsächlich von etlichen überregionaler Zeitungen nahezu unverändert abgedruckt, in den ganz Vereinigten Staaten, sogar bis Neuseeland. Und in manchen lautet es dann einmal 9,2 Fuß, der ist also mal eben bei der Presserezeption um einen halben Meter gewachsen. Aber wieso interessierten sich die Amerikaner des 19. Jahrhunderts eigentlich so für Riesen? Und auch da müssen wir uns ganz verschiedene Aspekte zu Gemüte führen. Zum einen gibt es ja durchaus diese europäische Tradition der Riesenskelettfunde, die ich von zuvor beschrieben hatte, und die Leute kannten die. Es wurden nämlich tatsächlich Listen dieser europäischen Riesenskelettfunde weiterhin immer in den Zeitungsberichten wieder abgedruckt, auch in den Vereinigten Staaten. Das war bekannt. Zweitens haben wir eben diesen Mountbilder-Mythos. Die Leute versuchten, sich die gewaltigen Erdwerke in ihrer Umgebung zu erklären. Und das natürlich vor allem im Hintergrund dieses rassistischen Weltbildes, wo man entsprechend die Ureinwohner nicht dafür verantwortlich machen wollte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die US-Amerikaner dieser Zeit natürlich vielfach extremgläubige Christen waren und einfach vollkommen in einem biblischen Weltbild sozialisiert. Und Riesen kommen in der Bibel vor. Also ist die Existenz von Riesen gar nicht so besonders, sondern eigentlich eine Banalität. Und schließlich haben wir natürlich die Zeitung als ein ganz neues Massenmedium dieser Zeit, das natürlich auch eine besondere Motivation hatte, spannende und spektakuläre Berichte über allerlei Kuriositäten zu verbreiten. Das können wir uns vielleicht fast vorstellen, ähnlich wie jetzt in der Zeit der sozialen Medien, wo auch einschlägige Berichte sich verbreiten. Und genau diese Berichte sind nur auch das Kernstück dieser neuen Riesenmythologie, die in diesen diversen neuen Publikationen nun verbreitet werden. Da gibt es allerdings dann auch noch ein paar weitere Motive, die immer wieder genannt werden. Zum Beispiel heißt es, dass Riesen sechs Finger und sechs Zehen gehabt hätten. Das hat nun in diesem Fall nichts mit unglücklichen, KI-generierten Bildern zu tun, sondern geht ursprünglich auf eine Stelle in der Bibel zurück. Da heißt es nämlich, dass es da bei einer Schlacht bei Gath, das ist die Stadt, wo auch Goliath herkam, einen großen Mann gab, der je sechs Finger und sechs Zehen hatte und auch dieser aus dem Geschlecht der Riesen geboren sei. Und Jonathan erschlug ihn. Tatsächlich finden wir dieses Merkmal aber bei der amerikanischen Riesen-Sklett, schon so gut wie nie. Also da wird wirklich von einer Anekdote her aus der Bibel, dass auf diese gesamte hypothetische Rasse hochgerechnet. Ebenso erstaunlich ist die Erwähnung, dass Riesen oftmals doppelte Zahnreihen besitzen sollen. Und das finden wir dann tatsächlich in dieses Dosenquellen. Da heißt es immer wieder, diese Sklette hätten double worth of teeth oder double teeth all around. Aber wie kommt man jetzt auf doppelte Zahnreihen? Das ist ja recht ungewöhnlich. Tatsächlich konnte der Anthropologe Andy White herausstellen, der auf seinem Blog sich auch immer wieder kritisch mit diesen Berichten auseinandergesetzt hat, dass all das auf einem Missverständnis beruht. Dabei handelt es nämlich schlichtweg um Redewendungen des 19. Jahrhunderts, die im Heute von Englisch nicht mehr gebräuchlich und mittlerweile unverständlich sind. Als double teeth, also Doppelzähne, bezeichnete man damals die Backenzähne, weil sie praktisch doppelt so groß waren wie die vorderen Zähne mit doppelten Wurzeln. Das heißt, wenn jemand double teeth all around hat, also Backenzähne rundherum, was bedeutet es? Es meint, dass auch die Schneider- und Eckzähne so abgeschliffen waren, dass sie vollkommen abgeflacht sind wie Backenzähne. Das meint also eigentlich ein sehr abgenutztes, sehr schlechtes Gebiss. Das genaue Gegenteil ist der Fall mit double rows of teeth. Auch das war einfach nur ein Idiom, was ein sehr vollständiges, markantes, strahlendes Gebiss bezeichnete. Es gibt da durchaus zum Beispiel Zeitgenöss für Zeitungsberichte, da mit einem Foto von Teddy Roosevelt. Und auch da werden seine double rows of teeth erwähnt, was halt einfach nur ein breites Grinsen bezeichnet. In dem Fall nicht zwei Zahnreihen hintereinander, wie zum Beispiel bei manchen Salamandern oder bei Haien oder so, sondern eben die Ober- und Unterkiefer. Ja, immer wieder heißt es natürlich, dass diese Funde von der Smithsonian Institution eingesackt und dann natürlich vertuscht wurden und die das letztlich bis heute verheimlichen. Und tatsächlich hin und wieder haben wir entsprechend diese Erwähnung, dass die Funde an die Smithsonian Institution gingen, wie zum Beispiel bei Cartersville 84. Es ist auch gar nicht so verwunderlich, dass dann keine Riesensklette mehr in deren Magazin zu finden sind. Natürlich, angenommen, wir haben irgendwo so einen lokalen Fund und vielleicht ein fehlvermessenes Menschensklett oder einfach prästorische Fassilien. Die werden an die Smithsonian Institution geschickt und dort dann ja wahrscheinlich gleich richtig diagnostiziert und richtig einsortiert. Und nachher steht natürlich nicht mehr Rieser auf der Packung drauf, sondern halt Mammut oder Mastodon. Schließlich ist diese Verschwörungstheorie natürlich auch insofern erstaunlich, dass ich mir schwerlich vorstellen kann, wie die Smithsonian Institution seit über 100 Jahren sämtliche Riesensklette-Wunde auf der gesamten Welt, auch außerhalb der Vereinigten Staaten, vertuschen soll. Die scheinen ja schon bemerkenswert umtriebig zu sein. Immer wieder wird das Thema der Riesen dann auch mit der biblischen Mythologie verbunden, nämlich vor allem mit der sogenannten Nephilim. Da heißt es ganz am Anfang der Bibel, kurz vor der Sintflute, dass als die Menschen sich über die Erde ausbreiteten, gewisse Gottessöhne vom Himmel hinabstiegen und sich Menschenfrauen zu Gemahlinen nahmen und mit ihnen das Geschlecht der Riesen zeugten. Da steckt also eine ganze Mythologie hinter, auch wenn die in der kanonischen Bibel so nur angeschnitten wird. Aber es gibt durchaus apokrypische Schriften, wie zum Beispiel das Buch Henoch, auch wenn die überwiegend dann jünger sind als diese Stelle, die das näher ausführen. Da werden dann die Gottessöhne letztlich als abtrünnige Engel gesehen und diese Riesen dann später durch die Sintflut vernichtet. Es gibt auch verschiedene Theorien zu den Ursprungen dieser mythologischen Tradition, die auch schon in der Antike und auch im Mittelalter und so durchaus rege diskutiert wurde. Aber das muss man mit dem Hinterkopf behalten, da wird sich ständig darauf bezogen in dieser modernen Parawissenschaft. Eine andere relativ neue Entwicklung ist die Verbindung mit den sogenannten Denisova-Menschen. Das war eine prähistorische Menschenart, die etwa vor 150.000 bis 50.000 Jahren in Asien lebte. Wurde tatsächlich erst vor wenigen Jahren entdeckt, 2010 erstmalig publiziert, anhand weniger Zähne und Finger- und Zehenknochen aus der Denisova-Höhle in Sibirien. Besonders spektakulär deshalb, weil man da auch genetisches Material gewinnen und die DNA dieser Art entschlüsseln konnte. Nun waren allerdings diese Zähne und Knöchelchen ungewöhnlich robust, wie wir Archäologen sagen, also groß. Was machen die Riesen-Advokaten daraus? Natürlich, die Denisova-Menschen waren Riesen und nicht nur irgendwelche Riesen im Paläolithikum, sondern letztlich eine Superrasse von Kulturstiftern, die sich nicht nur über ganz Asien und sogar Nordamerika verbreitet haben, sondern zum Beispiel hier von Andrew Collins und Gregory Little sogar mit der Megalithanlage von Göbekli Tepe in der Türkei zusammengebracht werden, die etwa 40.000 Jahre nach dem letzten Beleg für Denisova-Menschen entstand. Aber jedenfalls haben wir hier auch wieder dieses diffusionistische Narrativ so einer großen Kulturstifter-Rasse. Waren denn nun die Denisova-Menschen tatsächlich Riesen? Nun, das hat sich eigentlich spätestens 2019 erledigt. Da wurde nämlich ein in China gefundener menschlicher Unterkiefer als ebenfalls zu den Denisova-Menschen gehörig identifiziert. Und es stellte sich heraus, der ist ganz normal groß und hat nur überproportional große Backenzähne. Also nein, Denisova-Menschen waren keine Riesen. Mittlerweile gibt es noch einen weiteren Schädel aus China, der dort von den Anthropologen als Homo Longhi beschrieben wurde und dem einige vermuten, dass er ebenfalls zu den Denisova-Menschen gehören könnte. Auch dieser relativ normal groß. Jetzt können wir uns zu guter Letzt aber fragen, wieso genau interessieren diese Leute sich auf einmal so für Riesen? Was ist daran so faszinieren? Nun, da gibt es wahrscheinlich wieder verschiedene Gründe. Zum einen ist die Recherche für solche Riesenpublikationen bemerkenswert einfach. Wie schreibt man ein Riesenbuch? Man macht sich einen Account bei Newspapers.com, gibt Ancient Giants oder Giant Skeleton in die Suchleiste ein und sofort werden einem hunderte von Zeitungsartikeln über Funde von Riesenskeletten ausgespuckt. Und damit hat man sogar extrem überzeugende Beweise, die anscheinend aussagekräftiger sind als das, was man malerweise aus anderen Traditionen der alternativen Archäologie, wie etwa der Präastronautik oder so, gewöhnt ist. Und schließlich sind Riesen bemerkenswert anschlussfähig an ganz verschiedene Weltbilder in dieser Szene, an verschiedene Theoriekonstrukte. Überhaupt, diese ganz wissenschaftliche Riesenrezeption beginnt bereits im 19. Jahrhundert mit der Theosophie. Schon Helena Blavatsky schreibt, dass es in Atlantis Riesen gab. Das übernimmt dann auch Rudolf Steiner. Also ja, Riesen in Atlantis gehören offiziell zur Anthroposophie dazu. Und im 20. Jahrhundert findet diese Verbindung von Riesen und Atlantis dann auch Eingang zum Beispiel in die Berichte des Seers und Propheten Edgar Cayce oder zum Beispiel bei dem französischen Autor Denis Sorat, der sein Buch Atlantis und die Herrschaft der Riesen schreibt, maßgeblich auch auf der Welteislehre von Hans Hörbiger basierend. Und dieses Buch liest dann natürlich auch Erich von Dene kennen. Und damit spätestens finden die Riesen auch in die frühe Präastronautik Eingang. Und die erinnern sich natürlich dann auch mit Freude dieser Bibelstelle mit den Nephilim und sagen dann natürlich einfach, was sind das denn für Gottessöhne, die da vom Himmel herabsteigen? Es waren natürlich Außerirdische. Also sind Riesen eigentlich Hybriden aus Außerirdischen und Menschen. Ebenso da auch bei Zachary Asitchin, der die dann unzulässigerweise auch noch in die mesopotamische Mythologie zurückprojiziert. Und da überschneiden sich natürlich diese ganzen Vorstellungen. Schließlich ist natürlich auch dieser alte Mountbilder-Mythos nicht ganz tot zu kriegen, weil er natürlich sehr gutes Vorteil liefert für diese White-Supremacy-Ideologien in den USA. Das geht natürlich immer auf so eine Blut- und Bodenlogik zurück. Also praktisch das erste Volk eines Landes hat Anspruch auf dieses Land. Wenn wir aber nun beweisen, dass nicht die allgemeinbekannten amerikanischen Ureinwohner das erste Volk dort waren, sondern eigentlich die Riesen, die wir dann praktischerweise auch noch als weißhäutig und rothaarig definieren. Und die bösen Indianer haben die dann ausgerottet. Dann haben eigentlich ja die Weißen Anspruch auf Nordamerika, weil man sich dann auf einmal irgendwie auch als Riese identifiziert oder so. Und schließlich finden natürlich auch die Kreationisten und andere christliche Fundamentalisten Riesen geil. Denn natürlich, Riesen kommen immer in der Bibel vor, also beweisen wir, dass es Riesen gab, dann hat offensichtlich die Bibel recht. Hinzu kommt so ein falsches Verständnis der Evolutionstheorie. Also die Vorstellung, die Evolution besagt doch, alles wird immer größer und toller und besser. Also wenn wir beweisen, dass es früher Riesen gab, die ja viel größer und besser sind als heutige Menschen, dann gibt es offensichtlich keine Evolution, sondern eine Devolution oder Degeneration. Tatsächlich eine Vorstellung, die bis in die Antike zurückgeht. Auch da gab es schon diese Vorstellung, dass die Menschen mit der Zeit immer kleiner werden und in der Vergangenheit noch viel größer waren. Aber das wird heute da tatsächlich vertreten. Und ein bestimmtes Subgenre dieser christlichen Nephilim-Theorien geht eben auch wieder auf diese Bibelstelle zurück und identifiziert dann diese Riesen eben als die Kinder von gefallenen Engeln, die damit praktisch solche bösen Blutlinien begründet hätten, die eigentlich über die gesamte Geschichte bis heute für eigentlich alles Böse und Unschöne in der Geschichte verantwortlich sind. Also da wird das Ganze dann natürlich auch anschlussfähig an Verschwörungsmythen. Auch natürlich sehr ähnlich dem, was wir zum Beispiel aus dem Antisemitismus kennen oder zum Beispiel bei diesen ganzen Reptiloiden-Theorien und Ähnlichem. Damit komme ich auch schon zum Schluss. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, empfehle ich vor allem zwei Blogs von Andy White und Jason Colavito, die sich sehr ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Bei Colavito findet man auch diverse dieser historischen Quellen wieder. Und natürlich auch meinen eigenen Blog, Wunderkammer der Kulturgeschichte, wo ich zusammen mit Ulrich Magin und André Kramer immer wieder Artikel zu solchen Themen der alternativen Archäologie und Mysterien der Vergangenheit und Ähnlichem diskutiere. Unter anderem auch eine längere Erörterung dieser beiden Funde aus Carterswil. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.